So, hallo Leute, was geht ab? Jetzt glaube ich kommen zu einer neuen Folge Battlefield 1. Wir spielen Vorherrschaft. Die letzte Runde haben wir ja easy gewonnen. Easy, easy, easy. Und das versuchen wir natürlich hier auch wieder. Ich als Speer. Schauen wir mal, ob ich als Speer hier gute Karten habe. Oh shit. Hier geht einiges ab. Oh, den habe ich auch noch gesehen. Kann ich da raus eigentlich? Nein, Tür. Tür entriegeln. So. Da ist einer. Da ist einer. Komm schon. Komm um die Ecke. Oh, du bist ja schon tot. Oh, du bist schon tot. Okay. Hey, ich habe ihn doch voll getroffen, oder? Also das war nix. Das war wirklich nix. E. R ist klar. Okay. Und wir sind bei B Ich werde da mal mein Ding hinhauen Also das ist ein Scheiß Wo das liegt, ganz ehrlich Ah, oh ja, hätte gepasst Hätte eh gepasst Ja, das passt so Ich bin gespannt, ob ich mit dem auch einen ausknipsen kann Liegt da einer Ja, aber der ist tot Der ist einfach tot Ich finde den Modus nicht so schlecht Aber die normale Eroberung ist irgendwie Hoppla Die normale Eroberung ist irgendwie besser, finde ich Ja, finde ich schon Muss ich ganz ehrlich sagen Und der Modus heißt Ich habe das letzte Mal nicht gewusst Vorherrschaft Einfach Vorherrschaft Mini Eroberung sozusagen Feind getroffen Was geht? Boom Er steht feind getroffen Und ich habe nichts gemacht Dann weiß ich Es ist von meiner Was ist das? Mine Nein, Mine ist das ja gar nicht Was ist mit euch? Oh, da schießt der wer durch Ai, 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 ai Bisschen Muni wäre nicht schlecht Warum hat der jetzt ne Granate da rausgeholt? Warum magst du das? Da, ein bisschen Muni Gibt es paar Punkte für dich Also wenn wir jetzt wirklich gewinnen Dann gibt es noch eine Folge Weil ich glaube Das sind erst 5 Minuten Feind getroffen Sehr geil Das heißt Mein Ding hat wieder Ja Ah, shit Ah, shit Zu viel Zeit gelassen dabei Aber ist geil Wenn ich dort reingetroffen Ich habe nicht geschossen Dann weiß ich Okay Er ist in eine Sprengfalle reingelaufen Ich habe nur 2 Kills Ja, eine Runde gibt es noch Eroberung Nicht Eroberung Vorherrschaft So Und dann lassen wir den Modus Eigentlich ist sie nur für Mal zum anschauen Xbox One Wie in der letzten Runde Xbox One Und Und ich habe gesehen In der letzten Runde Habe ich glaube Ein Battle Pack bekommen Genau Das können wir jetzt auch öffnen Mal schauen was Seitenwaffen Version Skin für Pistole Was bringen mir die Schrottobjekte Das muss ich auch mal nachsehen Was mir diese Schrottobjekte bringen Ich verstrotte das Ding Das Spiel ist bereit Jo, kann ich hier noch Irgendwas anpassen Speer Ist jetzt Hand 2 Hey, schau Da kann ich wieder was auswählen Meisterschütze Da ist hinzugekommen glaube ich Und die Infanterie glaube ich auch Mhm Ich probiere das mal Jetzt habe ich Da ist der MK3 Und jetzt nehmen wir Gewehr 98 Ich glaube ich sehe natürlich Zweifach wieder Brauche ich nicht Ich steche sowieso nie Irgendeinen ab Oh Oh Das sind nur 5 Schuss Oh Und ich sollte halt Einen treffen damit Da Granate ist raus Ah Shit 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 Also 5 Schuss Ist's Huh Da wechsle ich doch gleich Wieder auf die MK3 Hooray Hat er mich nicht gesehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich gesehen hat. Er hat doch gesagt, dass er mich gesehen hat. Ah shit 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 shit! Renn, 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 ren Pistolen-Action wieder. Bisschen Pistolen-Action muss auch sein. Hey, kann ich da auch nicht einnehmen? Doch, hier. Danke, du auch. Er sagt zu mir, siehst gut aus. Und tschüss, Biddu! Nein! Ja, ich habe ihn mit der Brandgranate umgebracht. Was geht? Ich muss dran denken, meine Stolperfalle auszulegen. Das gibt's doch gar nicht, oder? Hier ist fast der Sniper die falsche Wahl. Oh, shit, das war einer von mir. Ich bin so dumm. Warum bin ich so dumm, so dumm, so dumm, warum bin ich so dumm? Geh weg da, ich will da rein. Vorher schafft. Je, was geht? Jetzt gehört das Ziel uns. Oh, hat er gut gemacht, dass er da gewartet hat. Hat er sehr gut gemacht. Da muss doch irgendwer reinrennen, oder? Warum kann da keiner reinrennen? Ist da wer? Da ist einer. Da ist auch einer. Hallo? Oh, shit. Nicht schlecht gemacht. Nicht so schlecht. Albert. Der war schön. Oh, shit. Oh, shit. Wo ist der hergekommen, eigentlich? Wo ist der hergekommen? Ich bin gerade noch am überlegen gewesen, wo ich was hinstecke. Nein, ich will da nicht reinsteigen. Nein. Ey, da. So. Weil wenn irgendwas unter Beschuss ist, ist das nicht gut. Also, der erste Schuss muss sitzen, sonst bin ich meistens tot. Ja, bisschen Übung ist noch dabei. Bisschen üben muss man noch. Hallo? Hey, ich hab den doch voll auf den Kopf getroffen, oder? Meine Fresse. Ich glaub, hier ist der Sanität da besser. Jetzt wird er ein bisschen ungewöhnen. Oh ja, was hab ich denn da für ein Visier? Oh shit. Oh shit. Ja, ich brauche eine andere Waffe, aber ich habe ihn gut runtergekriegt. Aber zu schlecht. Einfach zu schlecht. Was haben wir denn da? Ich brauche den Sanitäter. Wie kann ich denn das wechseln? Sanitäter 2. So. Welche habe ich denn da immer gehabt? Ich glaube die da. Dann nehmen wir diese, die Sanitätskiste, Spritze, Brandgranate und Spitzhacke. Das war geil, oder? Eine Spitzhacke. That's it. So, mal A einnehmen. Da kommt was. Da kommt was. Sehr gut. Noch getroffen. Über den Zaun drüber. Ich bin noch bei Albert. Wie können wir Albert verlieren? Hey. Sehr gut. Ei, ei, ei. 16 Leben. Aber ganz klar, die Waffe ist da viel besser. Oh, ich bin letzter bei uns. Was geht? Nein, nicht da einsteigen. Nein, nicht da einsteigen. Albert ist auch hart umgekämpft, sage ich dir. Oh, shit. Und von hinten. Ganz klar. 95. Ja, das ist gewonnen. Das haben wir gewonnen. Das haben wir gewonnen. Ich glaube, das war das letzte, was ich diesem Spiel beitragen habe können. Sieg. Na, sehr gut. Schon wieder Xbox One. Alles klar. Ich will jetzt noch meine Punkte sehen. Es gibt hier noch einen Punktestand. 12, 12. Ja, noch aufgeholt. Nicht letzter. Was geht ab? So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, diesmal hat es zwei Folgen gegeben, weil die erste Folge nur um die sechs Minuten gedauert hat. Das erste Spiel sozusagen. Wenn es euch gefallen hat, hier ist das Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf meinem Knall wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss, bis dann.